Nein! Uh oh. Aua! Oh mein Gott. Brrr. Das ist echt kräftig. Keine Ahnung. Nein! Nein! Oh oh. Wird ziemlich parschen. Wow! Dropper kill! Was nachladen! Wozu euch! Da ist nirga! Hatschoff! ich doch das gibt es doch nicht ich habe echt keinen Schimmer ich bin im Rathaus scheint das Hauptquartier der KVA zu sein wir sind Pläne einer Forschungseinrichtung das muss unsere Ausgrabungsstätte sein Feuer frei K Halle Lächeln Schauschützen gewährt wirklich der Verarsch das ist total verarscht mich doch jetzt es ist doch nie und nimmer in Charge-Schützen gewährt aber wie mache ich das wie 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 Fahnenfeld aktiviert Energie kritisch maximale Panzerung hier ich glaube wie 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 ich muss diese Konzerne schalten ja das haben wir mittlerweile rausgekleben Das war mir. Das war mir. Nein! Gut, okay. Ja, ähm. Ja. Ich hab keine Ahnung. Aber so, es wird keine. Kein blassen Dunst. Wie ich die Panzer ausschalten soll. Ja, ich komm nie mal in die Nähe. Maximaler Stärke. Au. Also mal da, diese ganzen kleinen Scheisse da sind. Hier. Oh. Fahnenfeld aktiviert. Maximale Stärke. Wie zum Teufel? Wie soll ich die Fahrzeuge bitteschön kaputt kriegen? Ich versteh's nicht. Ich komm nicht drauf. Ich soll nicht mehr schnell spüren, denn ich bin nicht glücklich, die Luft ist nicht zu trafen oder die kommen nicht drauf. So, ho, ho, ho. So, ho, ho. Geile Scheiße 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 Ich kann mich einsagen lassen. Was? Granate? Nee. Was? Mach! 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 Maximale Panzerung Ich weiß nicht, wie das klappen soll Ich weiß nicht, wie das klappen soll Maximale Panzerung Ich weiß nicht, wie das klappen soll 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 Maximale Panzerung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung Ich habe keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung Ich habe keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung Ich habe keine Ahnung, 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 keine Was ist das für mich? Applaus, Applaus Achso, jetzt habe ich drei Waffen. Alles klaro. Na dann, dann nehmen wir mal Mediziner. Ich will doch nur Mediziner. Mediziner für Pistole. Ehh... ...zuwerfen... ...mauchkonna... Aber Kettenwerfer gibt es hier nicht, oder? Ich spielte da genau an. Ich brauche nur noch Panzer, ich brauche eine Pressure, damit ich die Geisel wegschaffen kann. Oh yeah. Geht doch. Warum nicht gleich so? Warum denn nicht gleich so? Tarnfeld aktiviert. Maximal Panzerung. Und wie viel Wetter? Und wie viel Wetter? Ja. 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 Du kannst dich nicht verstehen. Ja. Und wie viel Wetter? Tarnfeld aktiviert. Maximal Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Max zum Teufel. Maximal Panzerung. Maximal Panzerung. Tarnfeld. Tarnfeld, Spinn. Tarnfeld. Nein, das gibt's doch nicht. Ich hab einen Schuss verballert, kannst du mal hinlaufen. Okay, ich würde mal sagen, hier machen wir Schluss, ich geh jetzt ne Runde feiern. Ähm, das war ätzend. Das war sowas von mies. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Crysis. Ähm, ja, das ist einfach nur, mir fällt nix dazu ein. Ich hätte alle Räume von Anfang an durchsuchen müssen. Ähm, und nicht gleich rausmischeln müssen aus dem Gebäude. War klar, dass, wenn es heißt Panzer, das sei, wo Raketenwerfer sein müssten. Gut, ich dachte Handgranaten, ich dachte mit der Faust zum Schlagen, hab ich falsch gedacht. Jetzt weiß ich's. Okay, also dann. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze.